Warte ich auch jetzt mal so viel drauf. So, Aufnahme läuft. Hallo Freunde auf YouTube, falls wir jemals online gehen, viel Spaß. Aber nicht bei mir so nah. Ich habe noch ein Pickel, glaube ich, irgendwo. Scheiße. Dass mein Panzer verpixelt wird. Verstößt das nicht gegen Datenschutzgründe? Auf, auf zum fröhlichen Lagen. Über Panzer verpixelt oder was meinst du jetzt? Die polnischen Freunde. Die Presse. Wir machen jetzt mein Lieblings, arbeiten wir zwanzig rein. Wir nehmen euch, sonst muss ich so viel rauspiepen. Ich piep nie was raus. Aus, Jungs. Falls wir nichts treffen. Ab in mir. Ich glaube wir suchen uns einen Busch. Falls der komisch fährt. Wow. Okay, wir sehen, was sie vorhaben. Ich schau mal bitte. Da zieh nach dem Busch 1er Linie raus. Ja. Der 100er? Dann treib ich den nicht, Mann. Panzer nicht erschlagen. Hey. Pass lieber auf in der EBR. Mach die Blinds auf den roten Punkt, wo der 100er da stand. Mach die Blinds auf den roten Punkt, wo der 100er da stand. Ja, da steht noch 277 mit der ganzen Scheiß. Okay, die unsere jetzt umschließt. K-2. Wollen wir Geschossgeschwindigkeit. Was macht ihr denn immer? Da steht noch eine A-Team. Der Chief Dane. Mit... Okay, wir laden Gold durch. Ich bin bereit im Wald, kann nicht rein? Stell dich mal ein bisschen weiter rein mit deinem Arsch. Wenn einer nur die Bank gleich so kommt, dann trifft ihr alles. Mann! Scheiße EBR da! Der Chris gehst du wieder auf Countern, dann geh ich auf den Chief Dane. Ich bin die ganze Zeit schon am Gucken. Okay. Ich bin bei A-2 drauf. Da steht auch irgendwas. Sie kauen dann auch irgendwas auf. Ihr solltet dann auch nach jedem Schuss move'n. 2-6-8-4 ist auf. 2-6-8-4 ist auf. 3-6-8-4 ist auf. 3-6-8-4 ist auf. Das war wichtig. Wir müssen hier verlegen. Die Artik ist gesicher für uns ein. Wo ist die? Mist, hinter dem A1 soll ich irgendwo stehen, von der Richtung her. Da ist eine AT auf, versetzt sich. Wir müssen raus, wir müssen raus, schön, die andere steht direkt dahinter, also sobald die jetzt nochmal schießt, ist er auch raus. 140er ist unten offen, ne? Ja, da war ich drauf, mach mal nochmal, ping mal bitte an, Chris. Direkt dahinter, hinter dem Wrack. Hey, warte. Ne, ja, ich hab's, das Wrack, ich seh's. Gleich kommt bestimmt der Push auf der 1er. Macht nix, da sind wir drauf vorbereitet. Wer ist denn der vordere 277? Wo? Torvald. Sie steht nicht mehr da. Ach, da vorne? Ich bin's nicht. EBR. Ich schieße auf der nicht mehr, Mann. Mist. Wenn die AT geschossen hat, bitte Bescheid geben. Drecksfähig, oder? Da ist ein Baum gefallen. Wo? Wo? Ja, das ist aber ein Heavy. Ich schätze mal, die AT wird noch am Verlegen sein, weil wir waren gerade beide auf hier vorne und es kam kein Schuss. Oder kam bei dir eine an, Tom? Bei mir nicht. Aber jetzt wird was kommen. Ja, denke auch. Schön. Schön. Die AT steht immer noch bei K2. Jetzt hat er dieses gekriegt. Relativ mittig von 2. Ich krieg hinten von der BZ auf H1. 277 vorfahren jetzt? Ne, ne. Na, ne, erst wenn so zu sehen sind, dass sie kommen. Die bleiten die Büsche abstritt. Vorsicht, da auf H1 steht der BZ. Der kann da reinhalten. Der hat mir gerade eine gedrückt. Ja, die bleiten jetzt hier rum bei uns hier. Ja, ich war vorhin kurz gespottet. Jetzt schießen die hier und jedes Gebüsch mal rein. Die gehen jetzt die Leitbüsche ab auch. Was sagt uns das? Die sind am Verzweifel. Ja, aber die haben... Aber die haben noch den Vorteil des Lichts. Das, 277 auf. Oh, ich glaub, die kommen. Schön, Leute. Schön, schön, schön. Einer noch? Jawohl. Klasse. Ich schieß halt einfach mal. Ich schieß halt einfach mal. Das heißt, bei Minute 6 ziehen bitte die 277 vor. Okay. ATI steht K12 genau an dem Scheifelpunkt. Wir bleiben dann hier auf der Seite. Könnt ihr das so als anpicken? K12. Ich muss immer gucken, da. Genau auf der Linie ungefähr. Konzentruhe, du dich auf die Heavys. Ich bin drauf. Du kannst ja eigentlich dauernd da reinfeuern hier. Ja, da stehen sie. Gute gecountert. Geht die immer noch zwischen 1 und 2? Weiß ich nicht. Ich konzentriere mich. Ich muss die immer noch stehen, ja? Ich muss die wieder zurückschießen. Also aufpassen Sie. Muss aber 2,6,1 sein, weil ich kaum Schaden gekriegt habe. Tja, oder der schießt genauso wie du. Also ich habe es erwischt, dass sie nicht gestorben ist. Das ist jetzt ein Witz. Wo hast du ihn hingeschossen? Längst 140er. Also die 277 bitte langsam. Wollt sie nicht wahr, dass ich dem 140er noch eine geben kann. Aber nur ein Stück davor. Schöne Deckung bleiben. 6 Minuten. Die 140er dann bitte ein bisschen vor. Da hängt wieder der 127 extrem nah. Wer ist das? Ich nicht. Ach, Arti steht. Ich habe sie. Ist sie tot, oder? Ja. Sauber. Jagd, Henry, komm. Ja. Ich taste mich an den Busch ran. Muss keine Bäume umschmeißen. Wird langsam hier eng für Tom und mich. Ja. Wir müssen jetzt sowieso Gas geben. Ich bin nächsten im Fechten. Es geht da erst halb auf, oder? Aber irgendwas muss hier stehen, weil wir immer noch aufgehen. Ja, dann müssen wir gemeinsam losfahren jetzt. Ja. Irgendwas sollten wir auf jeden Fall tun, weil Tom und ich kriegen hier... Okay. Jetzt. Wir fangen gerade aus weiter. Was jetzt? 1, 2, 7, 7 einfach vorne weg. Das bringt nichts. 5 Minuten. Also jetzt, komm. So, rüber. Push, 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 push. Jetzt raus, komm. Zangenbewegung. Jürgen, D7, 9, äh, D95. Objekt, 1200. Objekt, 200. Get it. Objekt. We track. Krieg das Objekt nicht raus. Was schnitt. Schiefdank, 7 AB. 2, 7, 7, one shot. Ich bounce natürlich, logisch. 5 Minuten. Ich glaube, wir haben noch eine Artie. Drauf jetzt, alle, komm. Wir haben noch 3, 40 Zeit. 2, 7, 7 steht. Achtung, der EBR rutscht durch. Na die Storen. Ja, ich hab's 3 Minuten vorbeikschauen. Stritz. Sehr schön, sehr schön. Stritz, kannst du wirken aufs Objekt? 2, 7, 7. Der hier. Wo ist 20, wo bist du denn? Ich finish das 2, 7, 7. 13. Wo ist 20, wo bist du denn? Ich mach's doch nicht ständig. Ich bin auf dem 60, ich gehe weg. Boah. Komm, alle, die tot sind, bitte schon mal rüberkommen. Ja, sind wir schon unterwegs. Nach 2 Minuten 40. Ist doch einer. Ab jetzt. Nicht so nah dran für die Elefanten. Es tut keine Loppen. Ich hab nur 11 Sekunden, dann kann ich schießen. Scheiß drauf, ist egal. Ich war ja selber schuld. Komm, 2 Minuten 10. Schön, schön. Fertig. Aber wir müssen warten, bis das Fecht verändern ist. Auf welcher Seite sind wir? An oben oder unten? Noch 2 Minuten. Das sieht nach unten aus. Ja, ich würde auch sagen, unten. Noch 2 Minuten? Ja, wir können nicht raus, sonst zählt's erst desertiert. Ja. Richtig. Also, gemacht. Habt noch 2 Minuten. Alles gut. Und auch Zeit. Ich bin tot, ich darf schon. Saar rausgearbeitet. Schön gemacht. So ist es, ne? Was brauchst du jetzt? Wieder 140er? Nee, jetzt, wenn wir unten sind. 1. CS 63. CS 63. Hab ich nicht. Kleiner Laten von Basis. Sack, wo aus? Geh rein. Ach so, ja. Machen wir wunderbar. Ja, alternativ war STB1. Was ist denn das jetzt für ein Gefecht? Krogerowka? Krogerowka muss auch weitergehen. Ja, nein, welches ist die Startzeit? 21.30? Irgendjemand ist eingerutscht und lässt die ATI nennen. Mit rein. Krogerowka, Runde 2. Nein, was? Alles gut. Danke, Jürgen. Es ist die Provenz Changkiri. Die haben wir, glaube ich, letztes erste Mal. Anfangszeit 21.30. 58 Sekunden. Bei den Klacken hatten wir schon mal als Gegner. Die zweite Runde. Okay. Jetzt sehen wir die Taktik von der anderen Seite. Von unten. Basis 2 starten wir. Ja, müsste unten sein, ne? Ja. Wir starten unten, ja. Okay, die Aufnahme läuft gerade weiter. Das ist nicht zu wenig, glaube ich. Jetzt sehen wir schön die Taktik von unten. Die Aufnahme läuft weiter, damit wir das schön sehen im zweiten Replay. Hammer, Hammer, Hammer. 2.77, 2. S, Kongs, 6. Wie viele 3er-Sechziger haben wir? 1. 20 Sekunden noch. Komm, Torwald. Tarnalus. Weiß, ich bin da da. Ja, es war Tarnalus. Entschuldige. Nur 2.3er-Sechziger. Irgendwas steht jetzt in der Aufstellung nicht. Ja, das stimmt wieder komplett. Alles nicht, aber gut. Haben Sie viel, 77er. Ja, dann 2. Ja, jetzt ist egal. 9 Sekunden. Alles bleibt so. Ja, 2. 2.77, die ganz rechts stehen, mit auf den Hill. So. Die 2. 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 Das ist ein Fahrradteil. Also Torwald. Und. Und Schuch. Auch gut. Und mit auf den Hill. Oder was? Genau. Na, klasse. Und der andere Tor ist. Der andere 2. 277 auf die F7. Genau. Ich bin der Schwerenpanzerung. Na gut. Dann fahr ich mit auf. Ich bin ohne irgendwas. Warte, ich muss doch gucken, wie es sich verhält. Wir gehen Gruppenkuscheln mit der Artie, sehr verehrte Zuschauer. Habt ihr alle rechts lang? Ja, fahrt du auf den Helmet hoch. Wer? Du. Ich? Okay. Ja, ich bin doch etwas zu schwer. Michi, lass mich mal durch. Hab ich gemacht. Ah! Oh, alter Weg. Mich hat es gerade auf den Desktop geworfen, ne? Ich bin jetzt vorne Richtung Berg. Kommen die zwei Heavys? Entfernen zu 277, Mann. Ah, wir kriegen hier oben mächtig Besuch. Ja, die Heavys hinter euch kommen schon. Achtung, Medium, hoch. Achtung, Medium, drüben. 277 ist offen. Ich bin auf 277. Was ist heute los, Mann? 277. Jetzt kommen sie auf den Helmwerte schießen. Der ging nicht durch. Heavys stand ein bisschen sehr weit hinten. S-Com, komm mal rüber. 277, ihr müsst... Okay, jetzt müsst ihr auf jeden Fall... Nicht weiter zurück. Nicht weiter zurück. Achtung, wir haben links den EBR, gell, Jürgen. Ich komme vom S-Com. 907, muss. Boah, schieße ich scheiße, Mann. Oh, ich bin gleich draußen, Leute. Ich kriege vom EBR schon wieder von links. Oh, der ging freu euch, ihre Panzer um. Will ich noch weiter zurück, dass die weiter vorkommen? Ne, ne, die dürfen nicht weiter vorkommen. Wirkungsstreffer. Ah. Oben, STB-1, One-Shot. Jawohl, sauber. Nice. Die scheinen keine Audi zu haben, oder? Nein. Nein. Oh, ich krieg's von links, aber ich hab die Schnauze voll. Aber wer unten links von uns an? Ein bisschen. Dazu kommst du, wo du guckst. Aber wer oben kommt's, 907. Superfunk links ist One-Shot. Links One-Shot. Mordet uns in Superfunk. Ah, die Viecher haben mich rausgenommen. Ja, das hat nicht funktioniert, was wir jetzt gerade getan haben. Ich hab auch einen Scheiß zusammengeschossen, tut mir leid. Ich tut mir echt leid. Ja, zu wenig Medium ziehen. Ja, ich muss was sagen. Ich hab's auf Band. Komplett verkehrt. Daumen hoch. Trotzdem dafür, bitte. Jetzt legst du dir auf um 10, ne? Oh, Mann. Wir sind wieder Basis 2. Das nächste geht in 11 Minuten auf. Das nächste ist schon offen. Das nächste ist schon offen. Ich mach mal Pause, ich hab nichts getroffen. Ich mach einen Kaffee. Okay. Jetzt soll vorkommen. Ja. Aber komm, der Statistiker sind wir heute ziemlich...